hallo meine lieben und herzlich willkommen auf meinem profil ich bin die lola ich komme aus österreich und ich habe für euch heute eine kooperation am start und zwar mit o schnee part ich bin mir sicher dass jeder zweite o schnee part etwas sagt auf instagram auf youtube wird überall o schnee part gezeigt ja und ich war so froh dass ich mir da auch was aussuchen dürfte und ihr habt es wahrscheinlich sicherlich euch denken können welche farbe ich mir da aussuche wie ich dieses pink gesehen habe ich habe mich verliebt in diesen pink in diesen abyssweater das ist so ein schöner sweater und das ist auch so 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 schön verarbeitet ja und mir ist nämlich auch letzte woche auch etwas passiert das werde ich euch jetzt einblenden und damals und einmal erzählen ja und ich möchte noch gerne etwas erzählen ich war letztes meinen sohn am spielplatz und da hat mich eine mama angefragen woher ich den pullover habe und dann habe ich zu ihr gesagt ja das ist von ocean apart ich habe zuerst nicht gewusst wieso schaut die immer so sie wollte aber eigentlich das sehen und sie wollte immer näher und näher und dann hat sie mich gefragt darf ich mal schauen woher sie das haben das schaut so schön aus ja und da haben wir ein bisschen rum 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 geschaut im internet und hat gesagt wo das sind so schöne sachen ja und komischerweise sind wir jetzt auch freundinnen geworden ja also das ist wirklich so was schönes ich habe mir das aussuchen können und eine eine hose die werde ich euch dann zeigen ich werde dann die kamera umdrehen und werde schauen dass ich euch das alles dann schön im bild habe und was ich an ocean apart so mag und schätze dass es auch für stärkere auch was gibt das heißt es meistens ist ja so 44 46 hört es dann oft auf aber da gibt es schon auch ab 50 54 56 das ist wirklich toll also nicht nur für schlanke auch für molligere oder stärkere und das finde ich so positiv so und das ist das set was ich mir ausgesucht habe das ist diese beauty pen hinten sieht man noch mal das logo ganz schön dann vorne macht sie auch so schön schlank und hier haben wir noch einmal ganz groß ocean apart ich finde das immer so noch ein hingucker dann das zeichen und der pulli das wetter ist auch so schön auch von der farbe her so leuchtend so ihr lieben ich bin jetzt wieder da von der vom schlafzimmer bin ich jetzt wieder auf meiner couch ja und meine ehrliche meinung zur ocean apart ist also die verarbeitung und alles ist so toll gemacht und was für euch jetzt wichtig ist mit meinem code pink 2 bekommt ihr ab einem mindest bestellt wird von 79 90 zwei weitere artikel gratis geschenk damit zahlt ihr eigentlich nur zwei sets zum preis von nur einen spart quasi 50 prozent ihr könnt also insgesamt vier artikel für 79 90 shoppen ja und es gibt auch dieses free gift shopper könnt ihr auch gerne vorbeischauen da lohnt sich ihr könnt euch aber auch zum beispiel auch die artikel die ich euch gezeigt habe auch shoppen und also meine ehrliche meinung zur ocean apart ist also wirklich also ich finde das material und alles wirklich schön gemacht es schaut frisch aus es schaut es ist jetzt nicht so dass man sagt es ist ein langweiliges sport outfit es schaut frisch aus und es ja also ich bin positiv über überrascht ihr könnt euch doch mal selbst überzeugen schaut es einmal vorbei im online shop da gibt es wirklich so viel auswahl da gibt es auch so kaputzen da gibt es auch so sweater und ganz ganz viele hosen ob das jetzt die beauty panties was ich gehabt habe oder von breite hosen und was auch super ist dass es auch wirklich übergroßen gibt was mir persönlich wichtig ist denn ihr wisst oft ist es so man geht in geschäften oder online shop oft ist es so ja ab 48 hört es dann meistens auf ja und ich bin wirklich positiv überrascht das ocean apart wirklich auch übergroßen hat das war mir persönlich sehr wichtig weil ich bin jetzt nicht die schlankeste und deswegen war mir das wichtig und auch die farben was er hat von der ausfall das heißt es gibt es jetzt nicht nur schwarz weiß und braun er hat so pink zum beispiel dann gibt es auch so was mir auch sehr gut gefallen hat so ein helles blau was ich gesehen habe also wirklich habe so schön schöne sachen im online shop gesehen also wenn ihr jetzt sparen wollt dann wäre das jetzt die gelegenheit und ich möchte mich ganz ganz herzlich bedanken an ocean apart und das gesamteam ihr habt wirklich tolle arbeit geleistet ihr habt mich unterstützt in überall wo ich fragen gehabt habe wart ihr da ja und ich würde jetzt dieses video beenden auf diese stelle und alle infos stehen nochmal in der infobox danke an ocean apart und bis zum nächsten mal eure lola tschüss ja